Der FC Bayern München hat in Person von Mathis Tell ein absolutes Top-Talent verpflichtet. Der Franzose ist gerade mal 17 Jahre alt und kostet nach aktuellen Berichten wohl knapp eine Ablösesumme von ca. 30 Millionen Euro. Heute geht es mal darum, ihn kurz vorzustellen anhand von seinen Stärken und Schwächen, aber ich werde auch auf die Risiken einer so teuren Verpflichtung von einem so jungen Spieler eingehen. Aktuell steht Tell noch bei Stadren in Frankreich unter Vertrag, also ja der Transfer ist quasi fix, aber halt noch nicht offiziell verkündet und er hat nur einen Marktwert von 2 Millionen Euro aufzuweisen, da er auf Profiniveau nur 73 Minuten und 0 Torbeteiligungen vorzuweisen hat. Der Preis für ihn kommt halt vor allem zustande durch seine guten Leistungen für die U-Nationalmannschaften Frankreichs. Er hat auch schon für die U18 gespielt, aber bei der diesjährigen U17-EM war Tell Kapitän vom späteren Sieger Frankreich, bringt also auch eine gewisse Führungsstärke mit sich, die aber zunächst wohl kaum in Erscheinung treten wird beim großen FC Bayern. Sein Spielerprofil lässt sich sehr gut mit dem von Mbappé vergleichen, nicht umsonst wird er in Frankreich auch Mini-Mbappé genannt. Seine Position ist eben auch im Sturm bzw. kann er auch über die Flügel kommen oder im offensiven Mittelfeld agieren. Er ist extrem schnell und vor allem sein Antritt sticht dabei heraus und so lässt er des Öfteren seine Gegner schon auf den ersten Metern stehen. Sein Signature-Move ist dabei, dass er den Ball oft einfach am Gegner vorbeilegt und dann an ihm vorbeizieht, da er sich einfach auf sein enormes Tempo verlassen kann. Um sich dabei dann durchzusetzen, hilft ihm auch sein Körper, da er physisch auch schon wirklich weit ist. Mit einer Größe von 1,83 Meter ist er ein solider Kopfballspieler, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sein Abschluss ist gut und er lässt recht wenige Chancen liegen und dabei kommt ihm zugute, dass er trotz seines starken rechten Fußes nahezu beidfüßig ist. Was besonders seinem neuen Trainer Nagelsmann gefällt, ist, dass er gegen den Ball schon jetzt richtig, richtig gut ist. Dies liegt daran, dass er bis zu seinem Wechsel zu Renn vor zwei Jahren tatsächlich noch Innenverteidiger war und dann erst bei Renn nach und nach vom Mittelfeldspieler bis hin zum Offensivspieler umgeschult wurde. Da er eben nahezu alle Positionen kennt, die es gibt, fällt bei ihm auch kein Attribut wie zum Beispiel das Passspiel extrem ab, sondern er ist extrem komplett und kann auch mal seine Mitspieler in Szene setzen. Eine weitere Stärke von ihm ist vor allem sein Dribbling durch seine gute Technik und seine gute Ballkontrolle. Er ist daher eher selten direkt im Strafraum als Anspielstation zu finden, sondern er zieht häufig von den Flügeln ins Zentrum. Tell hat dabei einen guten Instinkt für gefährliche Situationen und zieht es öfteren auch mal aus der Distanz ab, ohne groß nachzudenken. Aber seine Entscheidungsfindung ist teilweise echt noch ausbaufähig und so trifft er manchmal noch die falsche Entscheidung im letzten Drittel. Zudem ist er häufig noch ein bisschen zu verspielt und will im Dribbling zu viel, was er allerdings im weiteren Verlauf seiner Karriere denke ich auf jeden Fall noch ablegen kann bzw. das richtige Gefühl dafür entwickeln kann, wann er eben ins Dribbling gehen kann und wann nicht. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass Tell schon ein extrem kompletter Spieler ist, trotz seines noch jungen Alters, wobei er auch noch weiteres Entwicklungspotenzial in allen Bereichen hat. Ich sehe in ihm auf jeden Fall das Potenzial, ein Weltklasse-Spieler zu werden und damit dafür zu sorgen, dass sich der Preis für ihn auszahlt, den die Bayern wohl bezahlen werden. Dennoch überwiegen für mich viele Risiken, die den Transfer zu einem potenziellen Flop machen könnten. Zuallererst muss man es eben ansprechen, Tell hat noch nicht auf Profi-Niveau bewiesen, dass er es drauf hat, sondern bis jetzt eigentlich nur gegen Gleichaltrige in den Jugendmannschaften, von Stadren zum einen oder halt eben in den U-Nationalmannschaften Frankreichs, wo er auf jeden Fall regelmäßig Tore und Assists aufweisen kann. Des Weiteren und für mich so das größte Risiko ist, dass ein extremer Druck auf ihm lastet. Zum einen ist da die hohe Ablöse für ihn, zum anderen wird er in Frankreich schon zum neuen Mbappé von der Presse gemacht, was jetzt auch nicht unbedingt förderlich ist. Und jetzt kamen auch noch Aussagen von Nagelsmann, von wegen, dass er die Vision hat, dass Tell in der Zukunft 40 Tore machen könnte. Klar, er hat das Ganze relativiert, dass er diese Saison erstmal mit 10 Toren zufrieden wäre, aber trotzdem finde ich, dass diese Aussage unnötig Druck auf ihn ausübt, was nicht sein muss für einen so jungen Spieler. Außerdem ist möglicherweise das Spielsystem unpassend, wenn jetzt zum Beispiel Bayern einen 4-2-3-1 spielt, Tell den Stoßstürmer geben soll und die Gegner dann tief stehen, wie es oftmals der Fall ist in der Bundesliga, dann könnte das Ganze nicht unbedingt passen, da er eben in der Luft per Flanken keine große Gefahr darstellt gegen die Kopfballsteigen Innenverteidiger und er könnte dann nur über sein Dribbling irgendwie eine Chance kreieren und für zellbare Sorgen. Aber ich muss sagen, ich kann den Kritikpunkt auch ein bisschen selbst entlasten, da Nagelsmann ja wohl in einem 3-5-2 spielen will und wenn Tell da einen der beiden Stürmer neben einem Manet oder einem Gnabry gibt, dann könnte man dennoch für viel Gefahr sorgen, auch wenn die Gegner tief stehen. Am Ende ist es dann letztendlich eben so, dass sich Talent nicht wirklich in Zahlen beziffern und festhalten lässt. Tell hat, finde ich, auf jeden Fall das Potenzial, sich bezahlt zu machen. Von den Anlagen her könnte er sogar noch besser bzw. eher wichtiger als Mbappé für seine Mannschaft werden, da er im Gegensatz zu diesem auch die Arbeit gegen den Ball nicht vernachlässigt und sogar wirklich gut darin ist. Die hohe Ablöse stellt auf jeden Fall einen gewissen Gamble dar, ob er sein Potenzial erreicht, was durch die genannten Risiken gehemmt werden könnte, aber eben nicht unbedingt muss. Aufgrund der finanziell sicheren Lage der Bayern, im Gegensatz zu manch anderen Top-Vereinen, die das Geld für Spieler aus dem Fenster werfen, kann man dieses Risiko auf jeden Fall eingehen und sollte nun aber auch in Form von Spielzeit, sei es jetzt bei Bayern selbst oder über eine Laie, wo man sicher geht, dass er spielt, alles dafür tun, dass sich Tell bestmöglich weiterentwickelt und letztendlich zum gewünschten Weltklasse-Spieler reifen wird.